Hallo liebe FC-Fans, heute gehen wir zur Saisoneröffnung und es ist ein ganz tolles Event, wo wir Autogramme bekommen können, wir werden welche geben. Die O-N-Rom, hier hab ich Sprung und hab' Rat, überall, jedes Fenst vom FC Köln. Freut oder Leid, Zukunft und Freut. Wenn ich an mich heim und denk, es gibt kein Wort, das sein könnt, was ich fühl, wenn ich sein könnte. Hey, hey, hey thats kasih Creo? Wenn ich an mich heim und denk, es gibt kein Wort, das sein könnt, was ich fühl, wenn ich an Köln denk. Oh, 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 wenn ich an mich heim und denk, es gibt kein Wort, das sein könnt, was ich fühl, wenn ichσι an Köln denk. Wenn ich an mich heimar, denk Ein Skitgeim gott, dass там keine parisch für Wenn ich an köle deng Wenn ich an mich heimar, denk Ein Skitgeim gott, dass der noodle eigentlich für Wenn ich an köle deng Weil ich an mich heimar, denk Wie läuft es hier? Hey, das ist schon unser zweiter Stapel, ne? Wirklich? So beruhigt. So viele Fans kommen, ohne uns mal zu kommen. Ja, so viele Fans. Wow, so. Ihr wollt auch eins, ne? Hey, es ist gut, es gibt's. Hey, Lu. Alle weg. Alle weg. Wo sind deine Autos gegangen gerade? Weg. Alle weg. Wo? Wie heißt du denn? Ich? Ich heiße Lu. Für? Hula Baloo. Lu. 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 Dankeschön. Danke. Sehr gerne. Bis dann. Ah, ok. Was machen wir mit diesen Masken? Erklär bitte ein bisschen mehr. Für mich ist es einfach, dass man die Maske um das Gesicht streicht und die Augen auf sie... Dankeschön, aber das habe ich nicht gemeint. Ich habe einfach gemeint, wir haben einen Sponsor. Wir haben einen Sponsor, der heisst Schee-bens. Schee-bens. Genau. Und jetzt haben wir tausend Stücke von denen bekommen. Ich liebe diesen Job. Es macht eigentlich Spaß hier, weil... Es macht richtig Bock. Ja, genau. Die Fans sind geil. Die sind richtig Hooligans. Und wir alle sind so Hooligans und nett und geil. Und einfach... Ja, es war Spaß, weil die Sonne scheint. Also weiter? Erklären? Genau. Das war wirklich sehr schön gesagt. Und jetzt machen wir weiter. Willkommen in meinem Video. So, tell me something. What do you think about... I love the guy's book. 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 The guy's book. The guy's book. The guy's book. You know? You know, I feel... ... sehr gut. What the guy's book is for today, Corinna... Wie hat es dir hier gefallen heutzutage? Hier in diesem Areal und mit diesen Leuten und mit der Mannschaft und einfach FC Köln und die Hymne und wir waren auf der Bühne. Was sagst du dazu, liebe Rachel? Spürbar anders.